Was hast du getan? Warum hast du den Turm bestiegen? Warum hast du meinen Glauben in dich zurückgewiesen? Ich habe dir dieses Land geschenkt. Ein Garten in einer Welt voll Stacheln und Dornen. Dies wurde dir gewährt und nur eine Grenze wurde dir gesetzt. Du darfst den Turm nicht besteigen. Das war unser erstes Bündnis und nun hast du es gebrochen. Verstehst du nicht? Der Turm ist der Tod für mich und für dich. Ich habe dich nicht aus Bosheit oder Tücke gewarnt. Ich warnte dich, weil du mein Kind bist. Das war's für mich. Das war's für mich. Verstehst du nicht? In dieser Welt wissen wir, wer wir sind. Wir wissen, was unsere Rolle im Prozess ist. Wir haben eine Bestimmung. Ein Schicksal. Verstehst du nicht? Das war's für heute. 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 Diese Welt ist unsere Heimat. Wenn du gehst, wird der Sturm sie vernichten. Es wird keinen Weg zurückgeben. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.